Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt und viele von euch fragen sich auch, wie ihr weiter den Kanal unterstützen könnt, neben euren Likes, neben dem Abo, aber auch dann neben den Kommentaren. Wichtig ist die Kanalmitgliedschaft, denn die Kanalmitgliedschaft macht diese Sendung möglich. Über die Kanalmitgliedschaft könnt ihr den Kanal finanziell unterstützen und im Gegenzug kriegt ihr für die Mitgliedschaft von mir natürlich auch Sachen im Gegenzug. Leider muss ich 30 Prozent an YouTube abgeben, aber hey, was ist im Leben schon umsonst? Das erste Membership-Nimmel ist natürlich, wie es sich gehört, Economy Class. Economy Class heißt, dass ihr meinen Dank bekommt, den Dank von Mario bekommt und wir euch in das Gebet jeden Abend einschließen mit dem Meilengott voller Dankbarkeit. Dafür sind wir dann dankbar. Ja, so ist das erste Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit der Premium Economy. Die Premium Economy sind bevorzugte Beantwortung von Kommentaren. Heißt also schon mal ein Vorteil, den ihr gegenüber anderen Mitgliedern habt. Weiter gibt es Livestreams, die nur für Mitglieder sind. Die fangen schon bei Premium Economy an. Chaträume nur für Kanalmitglieder. Wir haben auf WhatsApp einen Chat für euch und auf diesem Chat könnt ihr dann mit mir in Kontakt treten oder aber auch mit anderen Kanalmitgliedern. Wer sagt, hey, 9,99 Euro, geiler Preis, danke euch. Wer aber sagt, er möchte das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben, der sollte auf Business Class gehen. Business Class liegt bei 19,99 Euro im Monat. Aber dafür habt ihr auch viele Leistungen inklusive. Natürlich die Leistung von vorne weg. Ihr seid im Gebet mit drin. Das ist ganz klar. Aber ihr habt wirklich auch vorab Zugriff auf Videos. Heißt also, wenn wir mal ein Review wieder machen, Mario und ich, und das ist auch ganz fest geplant. Mario, wir brauchen nur noch mal wieder einen Termin. Oder wenn wir Painful Self-Experiments machen, dann könnt ihr eventuell mit dabei sein ab Business Class. Also, Business Class bringt euch nicht nur diese Vorteile der vorherigen Gruppen, sondern auch den Vorteil, bei Themen mit live dabei zu sein. Wer wirklich ein Hardcore-Mitglied sein möchte und sagt, hey, ich möchte dir wirklich was geben, der kann First Class-Mitglied werden. First Class-Mitglieder haben auch neben dem Premium-Chat, den wir haben, das ist nochmal ein exklusiverer Chat, den wir auch Business Class anbieten, die Möglichkeit, Erwähnung zu finden. Die werden wir jedes Mal erwähnen und euch in jeder Sitzung danken dafür. Ja, natürlich, im Abspann. Für euch ist mir nichts zu schwierig. Dann haben wir mit 99,99 Euro pro Monat den Residence. Die Mitgliedschaft The Residence ist deshalb die teuerste Mitgliedschaft, weil ihr damit auch mal ins Studio kommen könnt oder auch auf einer Flugreise mich begleiten könnt, wo wir ein Review machen. Mario und ich nehmen euch dann mit. Dann könnt ihr quasi hinter die Kulissen schauen. Aber ernsthaft. Also die Mitgliedschaft, die wir euch ans Herz legen, das ist die Business Class-Mitgliedschaft, denn die hat wirklich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Also unterstützt den Kanal nicht nur mit eurem Abo, nicht nur mit der Glocke, nicht nur mit eurem Like oder den Kommentaren, sondern auch möglich mit einer Kanal-Mitgliedschaft. Ich habe das Beste vergessen. Es gibt auch ein T-Shirt in der Business Class. Natürlich, ab Business Class bekommt ihr auch die Frequent Traveller TV-T-Shirts, die regelmäßiger erscheinen werden. Ja, da sind wir dabei. Also, wenn ihr Fragen zur Mitgliedschaft habt, zögert nicht, mich zu kontaktieren. Ihr findet hier meine WhatsApp-Nummer und auch in WhatsApp könnt ihr ab First Class natürlich mit mir direkt in Kontakt treten und auch eure Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte klären. Also, werdet jetzt Mitglied. Danke euch, dass ihr geschaut habt und ich freue mich heute Abend, euch wieder um 19 Uhr bei Frequent Traveller TV live mitzuerleben und live mitzubekommen, wenn wir wieder eine frisch gepresste Sendung für euch machen. Also, bis dann. Danke für die Unterstützung. Ciao.